Herzlich Willkommen in den Forschungsanlagen der Society of Manifested Nightmares. Kurz, so, wir lassen Träume Realität werden. Wir freuen uns, dass wir Sie als neue Patientinnen und Patienten bei uns begrüßen dürfen. In unseren drei hochmodernen Therapieanlagen sowie in unserer Premium-Klinik widmen wir uns ganz Ihren Schlafproblemen und Albträumen. Um Ihre individuelle Therapie bei uns zu starten und Ihr Innerstes nach außen zu kehren, möchten wir Sie bitten. Achtung, Überlastung des Nox. Es ist mit starkem Nebeleinbruch zu rechnen. Achtung, Nebelprotokoll wird aktiviert. Notöffnung der Patientenquartiere. An unser Personal. Halten Sie Ihren Atemschutz bereit und nehmen Sie diesen auf keinen Fall ab. An unsere Patientinnen und Patienten. Haben Sie keine Panik und nähern Sie sich weder einander noch dem, was Sie im Nebel wahrnehmen. Suchen Sie Schutz voreinander. Aber und und. Zwei. Es kann zu starken Tag träumen und Halle Träumen kommen. Wir hoffen, Sie genießen Ihre Therapie weiterhin. Wenn ich ihm auf die Fresse haue, kann er nicht mehr, die Patienten. Das ist teilweise... Nein, sitz. Wir sehen hier ein besonderes Exemplar unserer Nachtwahrer. Er hält sich tatsächlich selbst für einen Arzt. Er hat gesagt, ich bin Arzt! Ja, und ich habe gesagt, jetzt! Dieses Exemplar ist schon sehr lange bei der Society of Manifested Nightmares. Und ihr seht, wenn ihr eure Nachtmahre nicht unter Kontrolle haltet, übernehmen sie euch Kompon. Guck mal, sowas kommt mit deinem Traum vor. Guck mal, sowas kommt mit deinem Traum vor. Guck mal, sowas kommt mit deinem Traum vor. Ja, das hatte ich Angst. Aber dann hat sie gefragt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der Kühe. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Das ist ein fauler Vogel. Wenn ich es nicht habe, darfst du mal in mein Bett gehen. Auf die Beleitung! Das ist kein Motel! Das ist echt gut! Hier dran! Gucken wir es dir an! Wir sind eben so schön rumgekommen. Das ist so wahnsinnig! Probiert! So viel auf einmal! Eins! Du musst mitmachen! Eins! Zwei! 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 Keine schlechte Verbrensel! Zwei! Zwei! Das ist gut. Lilly knie mit. Ja. 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 Ja, 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 ja. Okay, ganz schön. Ja, ja, ja. Das hat funktioniert! Super! Es nimmt! Es nimmt! Ist das okay? Ja! Jetzt soll ich bereit. Ich sollte gleich wieder gehen. Ja. Wieso nicht? Guck mal, man kann einfach hier so machen. Du musst den Nachbarn berühren. Ich kann dir das aber zeigen. Ja. Hallo! 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 Ich weiß nicht, wie meine Schüsse zu leh, weil ich jetzt vor mir gesagt habe, es bin fein. Alles okay? Bei mir auch, danke der Nachfrage. So, ich weiß nicht, komm schon, ja komm. Ich weiß nicht, wie ich es hier so kassiert habe, aber ich weiß nicht, wie ich es hier so kassiert habe. Steigen, wenn ich deine Stirn berühre, küsst du deine Augen. Hi Emily, geht's dir gut? Immer mehr und mehr, denn die Farbe gibt dir ab jetzt hoffen. Die gibt dir ab jetzt richtig viel. Bis zum nächsten Mal.